Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der 13. Etappe des Saarland-Rundwanderwegs. Start ist Kirgel und Ziel ist Saarbrücken-Universitätsgelände. Wenn ihr wissen wollt, wie die Etappe von etwa 22 Kilometer so sind, dann kommt mit! Musik 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 Das war's. 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 Das war's.